Freie Wähler Landtagsfraktion. Unsere Abgeordneten spenden ihre Diätenerhöhung. So, grüß Gott. Mein Name ist Manfred Eibl. Ich bin verkehrs- und wirtschaftspolitischer Sprecher der Freien Wähler Landtagsfraktion. Für mich war es angesichts der Corona-Pandemie eine Selbstverständlichkeit, meine Diätenerhöhung zu spenden. Das Geld ging an die Tafel Grafenau im Bayerischen Wald, die damit ihre Kühltheke reparieren konnte. Ich bin sehr stolz auf die ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Tafeln vor Ort. Denn trotz Corona versorgen Sie jeden Mittwoch rund 400 Menschen mit frischen Lebensmitteln. Und Ihnen sage ich alle ein herzliches Vergelt's Gott für das großartige Engagement. Wir helfen Menschen, die wegen Corona in Not sind. Freie Wähler Landtagsfraktion.